ist der doof so was wollen wir jetzt machen ach die dings markieren dann müssen wir gleich wieder rüber oder können wir gleich raus rennen drüber rennen ja im moment ist hier vorne am grenz ist sicher schon mal einer der panzer warte mal wenn wir hier sind der erste panzer ist hier drüben dass man direkt mitnehmen wo drüben ja stimmt du hast recht hier ist der erste pass auf dass uns hier kleines von entgegen kommen davon ist er da springt er und kommen runter wir brauchen einen schlüssel also ich nicht aber wir gehen schon mal hier weiter richtung siehst du jetzt ist es soweit ob der hatte ich auch hier die dreck aber ein schlechter sniper ein schlechter mir hat ein headshot gegeben du bist tot nein nein ich hatte okay alles gut dann ist alles gut schlechter sniper jetzt rennt zick zack zick zack ich bin jetzt im guard haus ich bin jetzt schon wieder ein headshot gegeben wieder getankt was schießt da für munition und wir können uns nackig ausziehen und samba tanzen ich glaube noch einen zänke ich nicht nee lass es nicht drauf ankommen das problem ich stehe jetzt an der wand ich überleg gerade irgendwas mit halbautomatisch wer hat die nate geschmissen ich sehe ihn überhaupt nee ich mache einfach so ein paar blind fire sauer hin ich sehe ihn er steht auf dem felsen oben ok 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 nicht im dom er ist auf dem felsen und me oh wo man pushen ich überleg gerade so mal von hinten rum den dorf hochgehen jetzt hat er mich nein ist er nahe gekommen er ist immer oben auf dem felsen aber leck sink würde ich mal sagen weil ich war schon wieder hinter dem felsen bin umgefallen misst headshots schon wieder er ist drei headshots gegeben krass shit jetzt sind wir natürlich sind das denn ja schon was machen wir dann würde ich sagen gehen wir runter in den bunker gehen die two exit und hauen ab wenn wir glück haben es ist greater das ok pgf pgf hat er geschossen willst du mich verarschen drei headshots kein eu dealer immer ein bisschen mystery gehen wir von hier so am besten versuche mein glück uiuiuiui ist der doof ja der ist der sniper wir brauchen ein bisschen ausdauer ich glaube er hat ein bisschen rgb im stuhl würde ich mal sagen ja der hat leds in seinem gaming sessel warte ich gebe mir mal ein schmerzmittel bevor er gleich meine beine trifft und ich gar nichts mehr reichen kann du hast recht der trifft doch nicht deine beine der trifft ganz schnell einen kopf stimmt der hat mir den guten gaming sessel ja das ist meine einstellung ja 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 geiler typ teufels aim teufels aim er hat dich was mache ich jetzt hier was für ne drecksau wenn der nicht cheat das weiß ich auch nicht melden den hunden ich drück einen anruf ich hab ihn gemeldet eben noch gelacht was für ein schlechter scheiss schützer ich hab gesagt von anfang an da haben wir einen headshot gedrückt ja ich brauche was zu trinken den wieso schießt er nicht auf die meins ist der boss glaube ich nicht klug und konsorten kein design laufen die auch hier außen lang ja im moment die schon mal schnell ich meine der erste hat schon okay das war der erste schuss da dass ich vielleicht zeit gelassen aber danach hinter der mit 34 schüsse geballert und der dritte gegen kopf also da kannst du mich erzählen der hat irgendwie den perfekten geben darf ich ja er hat der helder getränkt der nächste hat getränkt und beim dritten was am liegen gut der erste das war sogar schwere blutung was ich war praktisch dort vielleicht nicht gefehlt noch mal schwere blutung ich bin nur noch um das glück eines selbständigen geld schläft nicht ja du bist selbstständig naja jungs ja ja ich bin selbstständig naja hat spaß gemacht auf jeden fall ich komme auf jeden fall nur mal rum dann ja mach das immer gerne gesehen ich bin auch immer gern mit dir am zocken ja freut mich zu hören alles gleich wünsche euch noch einen geilen abend jungs danke dir auch und schönen abend noch bis dann tschüss und dann gute nacht juhu tschau tschau das war auf jeden fall seine stimme okay hm 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 hm